Ja, einen schönen Abend spät Nachmittag, jetzt sind wir schon mittendrin im Konzert, den haben wir uns nicht genau vorgenommen, ob wir jetzt noch auf Ansagen machen, aber jetzt, ich habe gerade die Silke ergeben und verpflichtet sich an. Ich bin sehr froh, dass wir heute Abend nicht spielen können, denn es ist ein sehr schöner Raum, wo es eine Baustelle ist, und vielleicht, weil es eine Baustelle ist, das passt nämlich ganz gut zu unserem Prinzip, wie es nicht auf irgendeine Baustelle, weil wir nämlich sehr viel frei intensivieren und die entsprechend eigentlich alles normal fertig ist und dann erst im Augenblick, im Konzert, zählen wir geführt wird. Und das ist auch der Spaß im ganzen Konzept. Und ja, wir haben jetzt schon eine Psalm gehört und eine Proposition von mir mit dem Titel »Sahie und Dance« und auch verschiedene völlig offene Klangen, frechlichen Welten. Und genauso machen wir auch weiter mit, fangen wir jetzt mit dem Stück an, und dann machen wir erst mal noch ein freies Stück. Wie können wir jetzt erst mal noch irgendwie, ja, wir werden sehen. » » Okay. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020